Ölsicherheit zu unterwandern. Wir wollen Energiereserven horten, um die Märkte nach Belieben zu destabilisieren. Das bedeutet eine Wirtschaftsmisere für Millionen und Gewinne für Blackwood. Das darf nicht geschehen. Wir müssen alle Blackwood-Truppen eliminieren. Und damit herzlich willkommen hier zu Warface mit dem Markoxi. Hallo meine Freunde, ich bin im Stimmbruch. Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Blackwood-Präsenz in diesem Gebiet. Eure Mission ist jetzt, möglichst viele feindliche Truppen auszuschalten. Ich muss erst mal durch Steuerung. Okay, alles klar. Ich bin lange nicht mehr gespielt. Ich hab den erst gefühlt. Den zweiten. Was ich dir noch vorhin sagen wollte ist, ich liebe dich. Das ist aber nett von dir, ich dich nicht. Nein, Spaß. Spaß bei Seite. Die Canon LEG im Jahr ist gerade momentan reduziert auf 299 Euro. Die ELEGRIA X, oder? Ja. Aber das ist nicht schlecht. Also wenn du jetzt ganz geil bist auf Reload-Videos, dann kauf sie. So, ich hab meine GoPro auch gekostet. Ne, die hat ein bisschen weniger gekostet. Ich glaub 2,79 hat die gekostet. Weniger? Okay. Und wie viel Megapixel hat die? Ah, 10 oder 12, glaub ich. Also die LEGRIA hat 12. So, 90 helfen. Denn diesmal nehme ich auf, muss man ja doch so zusagen. Richtig. Glückwunsch dazu. Ja, wo geht's denn da? Dann geht's doch... Ne, da geht's erst Rest nicht lang. Erst Rest, vor allem. Ja, wo geht's denn lang? Das weiß ich nicht. Ich bin gerade nicht in einem neuen Ton. In meinem Wohnstudio. Ach, da geht's hoch. Man kann es sich auch schwer machen. Zurück zum Spiel. Komm, ziel doch mal. Komm. Hä? Ach so. Das sind dann 3,4. Da seid ihr. Ne, aber die LEGRIA kostet jetzt momentan 300. Was meinst du, ob die um die Weihnachtszeit auch wieder 300 kostet? Hm, schwer zu sagen. Also ich kaufe sie mir auf jeden Fall, wenn sie nur noch 300 kostet. So viel steht fest. Die kostet nur noch 300, hast du gerade gesagt. Ja, schon, aber jetzt momentan nicht, weil da ist das Geld dazu. Ach so, ja. Okay. Das sind mal eine Zeiten. Ja, ich muss jetzt mal hier die Musik, die ist ein bisschen rot da drin. Die ist doch ein bisschen laut. Aber hallo. Dass man den Marcosi auch hört. Das andere war eher mir zum Aufwärmen gedacht. Ja, ja, ich weiß schon. Komm, raus mit euch. Boah. Kill. Headshot sogar. Was macht denn der? Ach ja, ich kann noch meine Grafikeinstellungen nachher noch zeigen. Ja, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist die denn auf maximal? Ne, maximal ist sie nicht. Glaub ich. Maximal wäre hoch. Dann ist sie auf maximal. Jetzt können wir das gerade mal gucken. Übernehmen. Okay. Optionen. Ähm, Video. Hoch, 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 hoch. Ja, okay. Maximal. Jo, und was sagt die FPS-Zahl? Äh, 35. Das ist super. Das Premiere bringt er sowieso nicht, weil 30 FPS kann er nur. Auf dem Movie Maker kann er nur 30 FPS. Hm. Wie? Der kann nur 30 FPS. Der Renner, da ist alles auf 30 FPS runter. Echt? Ja, klar. Hab ich nicht gewusst. Doch. Das habe ich nicht gewusst. Sonst wird er ja bei den Videos stehen, die wir aufnehmen, dass, ähm, 60 FPS wird immer hinten dran stehen. So. Sag mal, kannst du mir eigentlich aufklären, ähm, wieso die Gigabyte-Zahl von den Videos sich ändert, wenn man, wenn man eine etwas schlechtere Qualität einstellt? Ja, ganz klar. Das ist eine andere Bitrate. Eine andere... Ja, wieso? Wieso kann man das... Da ist viel mehr Inhalt in so einem Video drin, also beziehungsweise in dem Spiel. Und wieso sieht man dann im Video keine deutliche Verschlechterung? Alter, dem habe ich was abgezogen. Junge, Junge, Junge. Meinem Freund. Muss er wieder nachladen? Ja. Oh je, da kannst du jetzt drauf. Das lohnt sich bei mir nicht. Ach, ich habe auch noch Lachladen. Lachladen. Ach. Sobald man auf den ziehen will. So, jetzt wäre die Möglichkeit. Für mich lohnt sich's nicht mehr. Nein, du Arschloch, du Dreckiges. Also jetzt nicht du, ne? Der andere. Ja, ich weiß schon. Na, du, jetzt ist ja auch falsch interpretiert. Also bei mir gehen auf jeden Fall die, ähm, die Videos nicht verloren. Du? Du hast Glück, dass du mir nicht neben mir sitzt. Sonst hätte sich meine Hand von alleine selbstständig gemacht. So, jetzt fahren wir da durch, geil. Da haben wir noch einen. Hey, wieso jetzt nachladen? Hat das nie nachher Zeit? Da. Alter. Gut, nacht um sechs. Aber es lädt er gerade nach. Darf nicht wahr sein. Ist aber wahr. So, alter, da geht's ja ab davon. Jetzt fahren wir einfach über die drüber. Ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Was mich interessiert, wer kassiert denn den Kill? Die leben noch. Haben wir vielleicht noch nicht gespielt? Das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Doch, wir haben schon gespielt. Aber wir haben das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, über Monat. Und da steht trotzdem noch Neutrang. Also, das macht mit der Grafikeinstellung schon ein bisschen mehr Spaß sogar noch. Weil da kommt erst die Qualität von Warface auch noch so ein bisschen raus. Ja, merkst du, merkst du da überhaupt einen Unterschied? Ja, klar. Na dann. So, von wo schießen sie denn noch? Ach, von da. Von links. Den hab ich. Ich frotze. Nicht. Boah, da geht's ab. Leute, Leute, Leute. Das fährt auf einmal wieder so schnell. Das darf nicht wahr sein. Wie viele Kills hast du? Ähm, 26, glaube ich. Scheiße, ich hab gerade mal 16. Toll. Aber bei mir ist immer das Problem, ich schieße sie immer nur an, aber ich töte sie meistens nicht. Der steht ja wieder auf. Was ist denn das? Ach, da oben, komm. Hört nach. Ich brauchte mal so wenig zum Nachladen. Also der Endboss ist dann der Heli-Schwobb da. Oh. Alter, der andere ist tot. So einer ist es. So einer ist es. Ja, ja. Du bist kein Sanitäter, ne? Nee. Wir evakuieren. Evakuieren. Wir evakuieren jetzt. Komm, rein. Juhu. Juhu, wir haben es geschafft. Jetzt kommt das Finale. Hä? Das war doch schon das Finale. Ja, aber was war mit dem Helikopter am Himmel? Äh, am Himmel. So, was machen wir jetzt? Ziegelmauer. Ja. Es ging jetzt flott, die Mission. Die Helme sind schon geil. Erster Siegerbonus. Das sind halt voll die Bros, Alter. Da kommt mal einem vor, als wäre man irgendwie neu in dem Spiel. Das war voll komisch irgendwie. Findest. Ja, erster Siegesbonus. Erster Siegesbonus. Wir haben es schon so oft gewonnen. Erfolgsbonus für deine erste Mission. Und ich bin schon Specialist First Class. Das stimmt doch irgendwie nicht. Das war mein Kommentar dazu. So, jetzt sind wir alleine. Jetzt sind wir nicht mehr alleine. Ah, sieht schon besser aus. Übrigens, Tram, falls du dann mal wieder zu mir kommen solltest. Ich habe wieder ein, diesmal habe ich nur ein Pack 7-Up gekauft. Keine Cola oder so. Okay. Hat sich das schon irgendwie gepackt, gell? 7-Up, hätte ich es nicht gedacht. Du, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch, wo ich den Pack gekauft habe, habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du mal ein zuckerfreies, der schmeckt ja zum Kotzen. Ja, zuckerfreies ist meistens scheiße. Der Nachgeschmack, der ist sowas von ekelhaft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay. Das haben wir auf der Abi-Hütte, haben wir das so abgesuchtet. Hast du das da auch das erste Mal getrunken? Äh, ja, ich habe es vorher schon mal getrunken, aber es war nicht so, keine Ahnung, nicht so in Erinnerung, ich hatte es nicht mehr so, nicht so in Erinnerung irgendwie. Ne, schon die normale, aber da habe ich es dann nochmal getrunken, da habe ich es dann gesehen, wow, das kennt man doch. Und da habe ich es nochmal probiert und es schmeckt doch ganz gut. Kommentario. Wo? Klo. Das hört sich so, das hört sich so geil an. Alter, wie viel Nachrichten sind das? Alter, was gibt es da für Ränge? Was kriegst du da für Nachrichten? Also, Wisch, 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 Kanzlei WBS, E-Mail, E-Mail, Update, Update. Das ist ja Wahnsinn. Also, Leute, so sieht es aus, wenn ihr YouTuber seid mit 600 Abonnenten. NSA? Ja, ist das Blut, ich habe es, haha. Daher müssen sie aufgehalten werden. Wir werden alle Einsätze Blackwoods vereiteln. 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 Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Das ist geil. Der kennt das schon. Der kennt das schon, das weiß ich. Oh, ich habe dich geschützt. Danke, mein Bodyguard. Geld kriegst du aber keins von mir. Ich bin Superstar, ich muss nicht zahlen. Ich helfe immer nur, das ist doch eine... sehr soziale Ader. Wisst ihr, Leute, mit 600 Abonnenten, da geht ihr in den Laden rein, packt euren Wagen voll und sagt, ihr seid YouTuber mit 600 Abonnenten und gut ist. Ah, oh. Scheiße. Aber der ist jetzt schnell down gegangen, mein Lieber. Boah, boah, boah. Wir haben wahrscheinlich welche dabei, die richtig krank sind. Dann müssen wir sie heilen, wenn sie krank sind. Der eine, der mit dem Löwe, der hat so einen Schaden. Der kann so viel Schaden anrichten, dass er keinen Schaden hat. Der hat so einen Schaden. Das hört sich irgendwie komisch an. Ja, das darfst du dem nicht persönlich sagen. Alter, du hast voll der Schaden. Alter, du hast voll der Schaden. Alter, ich bin voll Fan von dir durch voll den Schaden. Ich bin voll Fan von dir durch voll den Schaden. Aber das haben wir jetzt noch nicht gespielt, glaube ich. Nein, das ist komplett neu. Ich bin voll der Schaden. Was schreist du? Alter, da ist noch ... Oh, auf einmal. Ich sehe es nicht. In Open. Komm rein. Wer? Ich. Nein, du. Achso, dann geh ich wieder raus. Halt, Hilfe! Boah, das braucht so viel Speicher, Warface auf hoch, legt mich am Arsch. Macht das überhaupt deine Festplatte mit? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Nach dem Part müssen wir aufhören, dann können keine mehr aufnehmen, wenn meine Festplatte voll ist. Warten da. Was der F**k? Was der F**k? Halt, wir springen da so. Ich hab grad gesagt, wir springen da komplett runter. Was für ein Ding. Gracias. Gracias, Meladosa. Gracias. Du gehst dann hin? Ich hab Geschirr's. Wo geht's denn hin? Was machen die denn? Ach, wir müssen glaube ich hier wieder verteidigen, oder? So wie die Tankstelle von damals. Haben wir das geschafft, oder haben wir das nicht geschafft? Das haben wir geschafft, mit Mühe und Not. Mühe und Not, Mühe und Kot. Ich glaub, so nennen wir diesen Part mit Mühe und Kot. Nein! Hallo. Komm, wir können hier hoch. Wo? Wo? Genau da. Leider bist du das ja gar nicht. Hier sehe ich auch. Ist er da? Wo sind denn die? Hä? Ich bin selten hier da hochgekommen. Ja, miteinander. Wart, komm, ich helf dir. Wo bist denn du? Ach, da war's. Da hatte ich grad was. Wart, ich komm hier nochmal. Ich kann ja gar nicht mehr runter. Halt, komm, ich komm hier runter. Komm mit. Wo, 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 wo. Und jetzt. Ach da. Beschreckt mich. Wo geht's denn da lang? Das weiß ich nicht. Ach da. Ist auch nicht schlecht. Weil, ähm. Wir haben jetzt grad so viel Zeit verloren und machen in der Zeit keine Kill. Ohne schlecht. Nein! Jetzt fall ich da runter. Gibt's auch. Die Mission ist doch scheiße. Ja, aber immerhin ist so neu. Da unten so. Der wäre da hergekommen. Der. Arsch. Alter. Neun, neun, neun E-Mails von Mediakraft. Junge, Junge, Junge. Achtung, Team. Sie sind ganz nah. Sie sind ganz nah. Du, Tramp, ich brauche auch nochmal eine neue Fistplatte. Ich habe nur noch 40 Gigabyte auf beiden Fistplatten. Freier Speicher. Ich habe nur noch. Hm. Jetzt kommt ja bald eine 4 Terabyte von Samsung. SSD. Willst du mich verarschen? Ja. Ah, ne. Komm aus seiner, komm aus seiner. Du da. Aua, das hat mich jetzt gefickt. Woher hast du die Informationen? Ich habe die Pressekonferenz von Samsung angeguckt, ganz einfach. Und wo hast du die angeguckt? Auf Samsung. Und wann soll die denn kommen, die 4 Terabyte? Alles dauert noch ein wenig. Was heißt das? Zwei Jahre? Was heißt das? Ein, zwei Monate vielleicht. Echt? Schon so kurz? Ja, ja. Uh, dann warte ich noch. Dann warte ich noch mit der Festplatte. Also mit der SSD bis... Da geht es nicht durch. Scheiße. Bis Januar. Und dann ist ja die 2 Terabyte, die ist ja dann noch billiger. Und so ist die Festplatte billiger. Ist der Markoxi billiger? Wo geht es denn hin, Leute? Das verstehe ich mit dem Feuer immer nie, wo man hin muss. Nirgends. Du musst da einfach bleiben und abwehren. Verscheidigen. Ist auch komisch. Die können durchs Feuer latschen wir nicht. Das ist echt komisch. Wir laufen hier irgendwo hin und dann schießen sie von der anderen Richtung. Dann will ich dahin laufen und dann weiß ich nicht mehr, wo sie sind. Und ich bin hier jetzt völlig... Doch ein Ander. Komm, Alter. Das ist natürlich... Das ist natürlich... Ja, das heißt, Anfang 2016, sprich Januar oder Februar, gibt es dann 4 Terabyte SSD von Samsung, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich. So in die Richtung. Und du bist sicher, dass du das richtig verstanden hast? Ja, viel höher, bin ganz sicher. Alter, das wäre ja voll geil, oder? Was meinst du? Wie viel kostet die dann? 1.000? Oder 1.400? Ja, so... Ne, so 1.000. In die Richtung würde es das schon kosten, ja. Alter. Das heißt ja aber auch im Endeffekt, dass die 1TB-Version dann nicht mehr 350 kostet, sondern vielleicht nur 250. Ja, 300... Ne, 340. Schätze ich mal einpendeln. Dann kannst du dir ja auch eine SSD 1TB kaufen. Für dein Betriebssystem. Für mein Mac wahrscheinlich. Abstauben gibt es nicht. Für mein Mac kaufen wir auf jeden Fall noch eine SSD. Alter, wie geil ist das? Valle Gaming, der baut oder... Der hat so ein Projekt X, der will auch neu ein PC bauen. Ich weiß, ja. Hast du es angeschaut? Der würde es anscheinend noch Festplatten geben, die seien noch schneller als die 850 Evo. Ja. Die 850 Pro. Nein. Und noch teurer. Noch schneller als die 850 Evo Pro. Ja, ich weiß welche. Die 950 Pro. Die ist neu vorgestellt worden. Die ist abartig schnell. Und zwar ist das keine Festplatte, die du anschließt wie die normale Festplatte, sondern die steckst in so einen Riegel rein. Das ist wie so ein Riegel in der Art. Mainboard? Ja. Hä? Das heißt, die kann ich mir gar nicht kaufen. Doch, das geht schon. Aber wie genau man das jetzt macht, das kann ich dir auch nicht sagen. Okay du, dann warte ich jetzt einfach bis es die 4TB Version gibt und dann kaufe ich mir die 2TB. Ich bin der letzte bei den Kills. Ich bin so unkonzentriert gerade. Das gibt es gar nicht. Das ist ja voll geil. Da freue ich mich schon drauf. Komm, den will ich. Den will ich. Den will ich. Den habe ich nicht. Scheiße. Alter. Eine 840 Evo, 4TB, das wäre ja bombastisch. Was mache ich denn? Oh, es nervt mich gerade so ein bisschen. Es läuft gerade so gar nicht bei mir. Jetzt ist eh Ende Gelände. Evakuierung. Wir müssen aufs Dach. Köte dich, ich köte dich, ich köte dich. Hä, wer ist denn das hier von Bug? Hey, komm da nicht rüber. Du musst Anlauf nehmen. Jetzt. Oder so. Gut, dann war es das für diesen Part, würde ich mal sagen. Ja, wie lange geht der eigentlich schon? Mann, ich habe vergessen den Timer anzustellen. Auch nicht schlecht. Ja, dann war es das hier mal mit unseren besten Videos, die wir in der letzten Zeit veranstaltet haben. Was hat denn der, der ist so Hammer, der Typ, dieser Medic. Dom's Killer. 96. Erster Siegesbonus, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das neue. Ja, das war es auf jeden Fall für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.